1000 für den Imperator, der YouTube-Kanal, in Kooperation mit Games Island und Pinselschwert. So und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Stefan und das hier ist ein anderer Blick auf die Chaos Space Marines nach dem Beginn des großen Risses und was eigentlich genau die Chaos Space Marines gerade so treiben, was das für sie als Folge hat und vor allem, wie genau sich die Black Legion aktuell ausrichtet. Und bevor wir da allerdings reingehen, möchte ich zum einen nochmal sagen, wie großartig das German Super Major war. Da wurde vom Team ein ganz, 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 ganz großartiger Job gemacht. Es hat richtig Spaß gemacht, da zu sein und mitzuspielen. Ich bin auch jetzt erst wieder mit einem anderen Blick da, weil genau das, das German Super Major hat da sehr, sehr viele Ressourcen gefressen. Es gibt von uns auch zwei Review-Videos, eines nächsten Donnerstag und eines übernächsten. Und genau, an dieser Stelle vielen, vielen Dank an die beiden Organisatoren. So, jetzt aber zu der Sache und dem anderen Blick auf das Chaos und was hat sich eigentlich verändert. Denn es hat sich was verändert und ich finde das extrem spannend, wie eigentlich die Dramaturgie der Chaos Space Marines und die Art und Weise, wie sie aufgebaut sind, wie sie präsentiert werden, aber auch wie sie jetzt dramaturgisch eingesetzt werden, tatsächlich eine Veränderung erfahren hat, die sie auf der einen Seite gefährlicher, auf der anderen Seite aber auch spannender für das ganze Setting macht. Am besten fangen wir wieder mit einem historischen Abriss an. Die Teile, die weniger neu sind, halte ich sehr kurz. Die meisten von euch werden sie sowieso kennen. 1000 Jahre nach der Horus Heresy kehrt Abaddon, der Vernichter, auf seinem ersten schwarzen Kreuzzug zurück. Die Black Legion ist frisch gegründet und von der Vengeful Spirit angeführt, tötet Abaddon in einem Moment, der zumindest durch die Geschichte des Imperiums heilt, den ersten Templar Sigismund und zieht hinaus, um Drachnien für sich zu erobern. Auf seinen langen Reisen durch das Imperium findet Abaddon Schritt für Schritt aber ein weiteres Geheimnis, das eigentlich noch relevanter ist, als der Besitz Drachniens. Er findet Schwarzsteinmonolithen und erkennt ihr Geheimnis. Er beginnt zu verstehen, dass in diesen Schwarzsteinmonolithen das Geheimnis liegt, wieso eigentlich der große Riss des Auges des Schreckens sich nicht noch weiter ausgebreitet hat und dass in der Vernichtung der Schwarzsteinmonolithen eine denkbare Lösung für sein Problem liegt. Denn die Chaos Space Marines sind eine Sache nicht. Die Verräter Astartes sind nicht zahlreich genug, sind nicht organisiert genug, sind nicht stark genug, um das zu tun, was Abaddon will. Die Leiche des Imperators vom goldenen Thron zu pflücken und von dort herabzuwerfen für alles, was Abaddon und den Söhnen des Horus angetan worden ist. Für den Verrat, den eigentlich die meisten Chaos Space Marines tief in ihrem Herzen beim Imperator verorten. Nämlich der Tatsache, dass sie belogen worden sind. Dass der Imperator niemals vorhatte, eine große Kriegerkultur geleitet von Astartes zu schaffen. Und die meisten Chaos Space Marines gehen mit dieser Tatsache und der Tatsache, dass sie letztlich wie Menschenmüll entsorgt werden hätten sollen oder zumindest ist es das, was in ihrer Welt die Sünde des Imperators darstellt, nicht besonders gut um. Mit dem Zusammenbrechen der grundsätzlichen Ideologie, die unter allem liegt, nämlich dem großen Kreuzzug und dann der Horus Heresy, ist es aber auch so, dass natürlich die eher unstrukturierten und vor allem charakterlich fehlerhaften Momente beginnen an Macht zu gewinnen. Von den Göttern des Chaos angefacht beginnen sich unzählige kleine Kriegerbanden zu bilden und selbst die großen Legionen wie die Emperor's Children oder die Death Guard können ihre interne Kohärenz nicht ohne Machtkämpfe und ohne eigentliche Momente kompetitiven Kriegerstolzes erhalten. Und das führt letztlich dazu, dass Abaddon erkennt, dass ein weiterer Plan her muss. Dass die Black Legion die Speerspitze sein muss, die die Galaxis brennen lässt. Also begibt er sich auf elf weitere Kreuzzüge, um unter vermeintlichen Niederlagen und stets, zumindest auf dem Papier vom Imperium zurückgeschlagen, eigentlich nur eine Sache vorzubereiten. Nämlich eine ausreichende Anzahl an Schwarzstein-Obelisken zu zerstören oder eine ausreichende Anzahl an Artefakten an sich zu bringen, um den großen Riss vorzubereiten. Sein dreizehnter großer Kreuzzug, der Moment, als er endlich aus dem Auge des Schreckens herausbricht und die Festungswelt Kadia zerstören will, ist das Meisterwerk, ist die Krönung all seiner Bemühungen bis dahin. Und Abaddon vernichtet mithilfe einer riesigen Schwarzstein-Festung letztlich Kadia selbst, gerade als auch Belisarius Cole und das Adeptus Mechanicus, das Geheimnis der Schwarzstein-Obelisken, mithilfe eines Necrons erkannt haben. Das führt letztlich dazu, dass mit einem Mal der Warp durch die gesamte Galaxis entlang bricht und das Imperium in das Imperium Sanctum und das Imperium Nihilus aufteilt. Beide imperialen Gebiete sind grundsätzlich zumindest eine Weile lang noch unter imperialer Herrschaft. Doch die entstehenden Warp-Stürme und die Tatsache, dass im Imperium Nihilus das Astronomikon für weite Teile dieses Bereiches erlischt, sorgt dafür, dass das nicht lange so bleiben wird und dass Chaos Invasionen jetzt vorantreiben. Aber Abaddon ist erneut klar. Jetzt ist der 13. Schwarze Kreuzzug gelungen und er muss weiterhin die Dämonen primarchen, die einzelnen zersplitterten Legionen und all das, auch seine Dämonenheere, die er beschworen hat, hinter sich vereinen und darf unter keinen Umständen an Schwung verlieren. Also entsendet er Haken Worldclaimer in den Nachmund Gauntlet, um einen der wenigen Bereiche, wo vom Imperium Sanctus in das Imperium Nihilus übergesetzt werden kann, in Chaos zu stürzen und für die Black Legion und für das Chaos zu sichern. Auf der anderen Seite werden aber etliche Warbands in das Imperium Nihilus entsendet, um dort wertvolle Ressourcen zu gewinnen und auf der anderen Seite auch sicherzustellen, dass letztlich dieses Gebiet vom Chaos kontrolliert wird. Es wird etwas von ihm hergestellt, das im ersten Moment erstmal gar nicht so relevant erscheint, aber dann im weiteren Verlauf extrem bedeutend sein soll. Abaddon zieht die Chaos Space Marines aus dem Auge des Schreckens, aus einer zeit- und konsequent enthobenen Zone, in der sie ihren schlimmsten Impulsen tagtäglich ausgesetzt sind und die Sünden ihrer Seele auf ihrer Haut tragen müssen, er zerrt sie wieder zurück in den Realraum und macht sie damit wieder zu Bewohnern eines sterblichen Reiches. Er gibt den Chaos Space Marines im Realraum existente Reiche und damit wieder Zweck und die Fähigkeit, etwas aufzubauen. Dazu kommen wir aber dann gleich später. Das Zweite, was er tut, ist den sogenannten Crimson Path oder den blutroten Pfad zu etablieren. Eine Idee eines nach Terra vorstoßenden Kampfes, keines 14. Schwarzen Kreuzzuges mehr, sondern letztlich einer blutigen Spur, die sich durch die Galaxis zieht. Und die Schwarze Legion soll eine breite Speerspitze sein, die genau auf die Kehle des Feindes zuzieht, aber mehr noch, er will den großen Riss, die Warbrisse, die damit zu tun haben, hinter sich herzerren, um wie an einem Reißverschluss aufgehend den Warbriss nach Terra zu bringen. Eine Sache, die nicht vollständig gelingt. Das Imperium schafft es, gerade aufgrund des wiederauflammenden Glaubens an den Gottimperator der Menschheit, etliche Festungs- und vor allem Ekklesiachiewelten auf eine Art und Weise zu halten, sodass dieser Reißverschlusseffekt nicht einsetzen will und sich der Warbriss nicht auf Terra hin zu bewegend ausbreitet. Das und das Ausrufen des Indomitus-Kreuzzuges, das Auftauchen der primare Space Marines und die Rückkehr-Reboot-Gilliments verzögern Abaddons Pläne empfindlich. Und so muss er umdenken. Umdenken und einen neuen Verbündeten suchen. Und dieser neue Verbündete ist sein dritter großer Schritt. Der Halbgott der Tüftler und Schmiede, der Halbgott der verrückten Forscher und jener, die durch das Verstehen von Naturgesetzen der Realität ihren Willen aufzwingen wollen, plant nichts Geringeres als selbst ein vollwertiger Chaosgott zu werden, der fünfte Chaosgott. Und so schließt er mit Abaddon einen Pakt. Einen Pakt, der die Archen des Omens ins Leben ruft. Archen, die aus Space-Hulks bestehen und die von dämonischen Mächten angetrieben, einen Zweck haben, der lange Zeit den imperialen Verteidigern verborgen bleibt. Es soll eine Waffe geschaffen werden. Es soll ein verrücktes Konstrukt geschaffen werden. Und von überall auf der Galaxis beginnen die Archen des Omens, Bruchstücke von einem unbekannten Ding einzusammeln, das schließlich von Vastor offenbart wird. In dieser Zeit schließt Abaddon Pakt mit Angron, bekämpft die Dark Angels und den zurückgekehrten Primarchen Lionel Johnson. Er bekämpft auch die Blood Angels und Commander Dante und auch Farsight und seine Tau. Aber niemand davon kann ihn aufhalten und so müssen alle davon mit zusehen, wie aus den Trümmern erneut Kalibarn zusammengesetzt wird. Und der ursprüngliche Heimatplanet der Dark Angels unter dem Namen Würmut Neu entsteht. Insgesamt ist das natürlich nicht das echte Kalibarn. Es ist eine verdrehte, hässliche Kopie. Und die Dissonanzmaschine, die im Herzen jenes Brockens liegt, hat eine bemerkenswerte Fähigkeit. Denn nicht einmal Lionel Johnson selbst, der noch einmal Angron zum Kampf stellen und bezwingen kann, kann verhindern, dass Vastor sein Projekt vorantreibt und schließlich auch abschließt. Es entsteht eine Maschine, die auf eine pervertierte Art und Weise den Realitätsbohrern, so ist wohl das beste Wort, nachempfunden ist, die die Alten benutzt haben, um das Netz der Tausend Tore zu erschaffen. Und plötzlich hat Vastor die Fähigkeit selbst, Wege in das Netz der Tausend Tore zu erzeugen. Vastor kann ein neues Netz der Tausend Tore erzeugen und glaubt, durch Bohrungen in der Realität irgendwann einen Ort zu finden, in dem ihm der Aufstieg zum fünften Chaos Gott gelingen kann. Das aber bringt uns zu meinem anderen Blick auf die Sache. Denn letztlich ist dieser ganze Krieg, dieser ganze Konflikt und alles, was damit zu tun hat und was die Mächte des Chaos gerade beschreibt, vor allem eine Veränderung dahingehend, dass das Chaos wie auch das Imperium in den letzten 10.000 Jahren stagniert war. Das Chaos hat natürlich geschöpft, geschaffen, hatte Zugriff auf seine Diener, aber letztlich waren die Chaos Space Marines im Auge des Schreckens gefangen und durch die Macht des Imperiums zurückgehalten. Vor allem eine Sache, nämlich im wahrsten Sinne des Wortes machtlos. Nicht nur dahingehend, dass sie irgendwie eine bestenfalls geringere Bedrohung für das Imperium waren, sondern vor allem auch dahingehend, dass sie nicht mehr in der Lage waren, selbstständig Neuerungen zu schöpfen und zu schaffen. Das, was das Imperium durch Belisarius Call erhalten hat, hat das Chaos einmal durch Vashtor erhalten, aber vielmehr noch dadurch, dass es jetzt in der Realität angekommen ist und in die Realität hinein verbunden wurde. Und wie krass das eigentlich ist, sieht man meiner Ansicht nach am besten, aber nicht nur, wir kommen gleich darauf, an Vashtor. Denn der Imperator hat versucht, das Netz der Tausend Tore für die Menschheit zu erobern, hat versucht, das Netz der Tausend Tore nutzbar zu machen, um die Menschheit unabhängig vom Chaos zu machen und ist letztlich an den Intrigen des Chaos gescheitert. Vashtor hat nicht nur einen Apparat, der das Netz der Tausend Tore seinem Willen unterwerfen könnte. Nein, er hat einen Apparat, mit dem er neue Wege in das Netz der Tausend Tore bohren kann. Er hat einen Apparat, mit dem er in der Lage ist, notfalls auch ein vollständig neues Netz der Tausend Tore zu erschaffen. Vashtor ist in der Lage, etwas zu tun, wozu der Imperator niemals fähig war. Und das hat letztlich zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass mit der neuen Begründung des Chaos in der Realität die optimale Situation für Kreativität und für kreative Handlungen hergestellt wird. Denn es ist nicht so, dass eine Kreatur, die im Chaos existent ist und im Chaos verschrieben ist, per se besonders innovativ ist. Das ist selbst bei den Dämonen des Zins schon sowas nicht so. Die sind wesensgebunden Dämonenprinzen, verlieren einen großen Teil ihrer Brillanz dahingehend, dass sie eben nicht mehr sterblich sind und damit eher den Wünschen, Bedürfnissen und den Zwängen ihrer Dämonenhaftigkeit unterworfen sind, als dass sie noch in der Lage wären, besonders krasse Forschungen voranzutreiben oder brillante Pläne umzusetzen. Aber sobald eine Kreatur halb in der Realität begründet ist und eine gute Verbindung, nicht notwendigerweise eine Verbindung des Glaubens, aber eine enge, anerkennende Verbindung mit dem Chaos und dem Warp hat, wie es zum Beispiel bei Fabius Bile, bei Abaddon und letztlich auch bei Waschtor der Fall ist, dann werden plötzlich ganz, ganz andere Dinge möglich. Das ist letztlich auch etwas, was die Birdbearers ganz, ganz stark haben, dass eben diese Idee, du brauchst den sterblichen Körper, du brauchst die sterbliche Seele und du brauchst das Aufgehen im Warp selbst und eine enge Verbindung zur Quelle aller Kreativität, aber du darfst nicht in der Quelle selbst stehen, sonst bist du Teil der Quelle und nicht Teil der Realität, die durch die Quelle geformt werden kann und kannst damit quasi gar nicht richtig agieren, beziehungsweise wenn du dann ein Dämon bist, eigentlich gar nicht mehr. Und das ist letztlich auch ein Problem, dass die Chaos-Primarchen ganz stark haben, dass sie einfach nicht in der Lage sind, im selben Maße wie Abaddon, wie Waschtor, wie Fabius Bile, wie Kahn der Verräter oder Lucius, schauen wir mal, wie das so werden wird, diese Figuren sind nicht in der Lage, auf dieselbe Art und Weise die Realität zu formen oder Pläne zu fassen, sondern sind immer in den ewig gleichen Denkmustern gefangen. Ein Problem, das Abaddon einfach nicht hat. Auch Huron Blackheart, Huron Schwarzherz, ich behaupte, er heißt so, hat dieses Problem nicht und ist deswegen eine wesentlich größere Gefahr für das Imperium als zum Beispiel Mortarion, der halt einen im Plan kennt. In den Realraum gehen und alles verseuchen. So, das ist jetzt nicht unbedingt brillant. Würremut zu erschaffen aber oder den blutroten Pfad zu erzeugen, das sind Momente purer Brillanz. Das ist etwas, was das Chaos mächtig, stark und großartig macht. Und das ist letztlich auch was, was das Chaos jetzt gerade viel, viel, viel gefährlicher macht, als es das vielleicht noch in den letzten 10.000 Jahren gewesen ist. Denn mit dieser Kombination aus Abaddon hat das Auge des Schreckens endgültig hinter sich gelassen, Haken Worldclaimer hat das Auge des Schreckens hinter sich gelassen. Er lebt im Nachmut Gauntlet, er lebt im Realraum. Und dort ist dieser Schrecken, den er und seine Truppen verbreiten können, genauso wie der Schrecken, den Abaddon verbreiten kann, die Idee, mit dem Realraum zu interagieren, ihn zu spüren und den Angriff nach Terra voranzutreiben. Das ist viel, viel gruseliger als alles, was passieren könnte, wenn die eher so, ja, selbst wie Dämonen sind. Hin und wieder kommen sie aus dem Auge des Schreckens. Allerdings, dann ist eine Zeit vergangen, die sie selbst nicht einschätzen können. Handeln und kehren wieder dorthin zurück, weil sie sich vor dem Gegenschlag des Imperiums fürchten müssen. Dieser Gegenschlag erfolgt erst mal so nicht mehr, auch wenn der Indomitus-Kreuzzug sein Bestes tut. Aber gerade mit dem Angriff der Schwarmflotte Leviathan, gerade mit dem Pariah Nexus und all den anderen Dingen, sehe ich da gerade keine großen Sprünge von Seiten des Imperiums passieren, auch wenn es ja eine ganze Indomitus-Kreuzzugsflotte gibt, die das Auge des Schreckens angreifen soll. Einen Ort, an dem eigentlich niemand mehr ist. Zumindest niemand wichtig ist. Keine Ahnung, vielleicht wecken die aus Versehen Fulgrim auf oder so. Aber grundlegend gibt es dann noch eine zweite Sache. Und die zweite ist, dass mit der Rückkehr in den Realraum, das Chaos auch endlich wieder eine Perspektive hat. Chaos Space Marines, das hat das letzte Buch, Lord of Axis, ganz wunderbar erklärt. Es besteht plötzlich endlich wieder die Möglichkeit, etwas aufzubauen. Natürlich sind die Chaos Space Marines da nicht zwingend gut drin, bis nach gerade schäbig. Aber das ändert nichts daran, dass mit dem Buch ganz, ganz wunderbar gezeigt worden ist, wie unfassbar elementar wichtig es auch für diese Kreaturen ist, dass sie einen Zweck im Leben haben, einen Purpose, etwas, dem sie sich verschreiben können. Und dass sie auch danach suchen und das unbedingt haben wollen. Und dass gerade dort, wo eben Welten wieder erobert werden können, wo mit dem Realraum interagiert werden kann, wo eben nicht jeden Moment durch die Natur des Chaos die Albtraumwelt sich gegen dich richten kann, sondern du mit bestimmten Regelhaftigkeiten rechnen kannst und mit denen auch umgehen lernst, dass das eigentlich der Ort ist, wo Space Marines und halt auch Verräter Astartes eigentlich brillieren. Das in Kombination mit dem dritten Punkt, nämlich einem endlich wieder erfolgten ideologischen Unterbau. Die Vernichtung des Imperiums auf der einen Seite, aber auch die Formung der Galaxis. Und das hat kreuzzugähnliche Anleihen. Das hat eigentlich was vom großen Kreuzzug. Abaddon führt seine Legionen, führt alle Chaos-Basemirn-Legionen aus dem Auge des Schreckens heraus, wie einst der Imperator von Terra aufbrach und beginnt die Galaxis unter seiner Knute zu einen. Und dieses, hey, wir können jetzt nicht nur wieder was erobern, sondern wir haben einen ideologischen Unterbau und unsere Erfolge geben uns auch wieder recht. Ja, es ist nicht mehr ein, wir erzählen uns selbst eine schöne Lüge, aber in Wahrheit haben wir uns in das Auge des Schreckens zurückgezogen und kämpfen schon längst nur noch untereinander. Sondern ein, ja, wir kämpfen untereinander immer noch, aber vielmehr kämpfen wir jetzt endlich wieder gegen das Imperium. Das, was wir tun, hat einen Sinn, hat Stolz. Wir vernichten nicht nur mal den Planeten, nehmen nicht nur Sklaven, sondern wir treiben den Horus, ursprüngliche Idee, jetzt von Abaddon verkörpert, einfach weiter voran. Und dabei entstehen Wunder, auf die wir stolz sein können. Dabei entsteht der Wirrmut, dabei entsteht der blutrote Pfad, dabei entsteht die schwarze Hand, dabei entstehen ganz, ganz viele Dinge, die plötzlich endlich wieder in unserer Kontrolle liegen und jetzt können wir wieder handeln. Das ist eine Sache, auf die die Chaos Space Marines 10.000 Jahre gewartet haben und die auch macht, dass diese noblen Eigenschaften, die die Astartes teilweise haben, an mancher Stelle tatsächlich wieder zutage treten und sie plötzlich wieder beginnen, auf eine ganz, ganz andere Art und Weise zu ihrem alten Selbst zurückzufinden, als das vor Jahren noch der Fall gewesen wäre. Der Moment, den Realraum wieder zu betreten, revidiert in gewisser Art und Weise diese schrittweise Dämonenwerdung und diese schrittweise Mutation, die sie erduldet haben und macht sie wieder zu den Männern, die sie mal waren oder erinnert sie zumindest daran und lässt eine gewisse Rückkehr in all ihre Werte, in ihre Ideologie, in die ursprüngliche Frage, warum haben wir eigentlich den Verrat an erster Stelle begangen? Nein, all das kehrt jetzt zu ihnen wieder zurück und das macht sie natürlich mächtig, weil das dazu führt, dass sie plötzlich auch wieder für was anderes kämpfen, als nur um des Kämpfens will. Es wird ja ganz, ganz oft, gerade in Chaos Space Marines Büchern gesagt, wir kämpfen eigentlich nur noch, also auch in der Night Lords Trilogie, wir kämpfen eigentlich nur noch, weil wir nicht wissen, was wir sonst machen sollen. Ich habe keine Ahnung, was wir sonst machen sollten. Wir müssen halt weiter kämpfen, um das Imperium zu bestrafen, weil die uns das angetan haben, aber eigentlich wissen wir auch, dass es sinnlos ist. Und das ist jetzt eben anders. Es besteht eine echte Chance auf einen Sieg und das macht die Chaos Space Marines. Diese drei Dinge, die Rückkehr in den Realraum und die Fähigkeit, endlich wieder Erkenntnisse zu gewinnen und echte Fortschritte zu denken, die Tatsache, dass es einen ideologischen Unterbau gibt und die Tatsache, dass endlich wieder etwas aufgebaut werden kann, das macht die Chaos Space Marines wahnsinnig gefährlich und mich persönlich sehr, sehr fröhlich, weil sie dadurch zu ernst zu nehmen, darin Gegnern für meine Black Templar werden. So oder so. Das war es von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, mir zuzuhören. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz wunderbaren Tag. Macht's gut und bis bald.